Ich habe mich beim Atlas Mountain Race angemeldet, aber was bedeutet das Ganze eigentlich? Dass ich entweder verdammt dumm oder verdammt mutig bin. Vielleicht auch ein bisschen was von beiden. Ich habe mich beim Atlas Mountain Race angemeldet. Und ich muss sagen, Atlas Mountain Race zu fahren, davon träume ich nicht erst seit gestern. Schon mindestens ein Jahr, wenn nicht länger. Irgendwann war es mal eine grobe, witzige Idee und irgendwie habe ich richtig Bock darauf. Und das bedeutet eigentlich wirklich eine ganze Menge. Und eigentlich habe ich mich auch nur beworben. Die Sache ist der Gedanke, ich melde mich jetzt für das Atlas Mountain Race an. Und ja, so einfach ist das Ganze gar nicht. Um beim Atlas Mountain Race mitzumachen, gibt es natürlich noch ein paar Hürden. So gibt es ein Race Menü mit 39 Seiten, allen Informationen zur Strecke. Und dazu muss man auch noch Fragen beantworten. Dies dient natürlich Sinn und Zweck, dass man sich bewusst wird, was man sich da antun will. Dass man weiß, was auf einen wartet. 100 Kilometer ohne Wasser, Temperaturen von 0 bis 20 Grad. Nachts wird man frieren, tagsüber spitzen. Man hat mega viel Zeug dabei, kommt mega langsam voran. Es gibt Schiebepassagen, es gibt einiges. Never scratch at night. Aber auf jeden Fall bedeutet das, dass ich mir einiges zumute. Dass ich nicht nur 1300 Kilometer in maximal 8 Tagen fahren möchte mit 20.000 Höhenmetern. Sondern, dass ich pro Tag mindestens 166 Kilometer fahren muss mit keine Ahnung wie viel tausend Höhenmeter am Tag. Dass ich mein Fahrrad schieben muss, über Kilometer durch Sand. Und dass ich vielleicht nicht mit meinem geliebten Gravel-Bike fahren werde. Dass der Kollege hier zwei Wochen zu Maria geht und Urlaub macht. Dass ich mit diesen fetten Boots bei 15 bis 20 Grad am Tag fahren muss, weil es nachts unter 0 Grad werden kann. Jeder davon wiegt ein Kilo. Und für sich lasse ich mir ungern erzählen, was Gravel ist und was nicht. Was ich fahren kann und was nicht. Aber ganz ehrlich, I can, I will, end of story. Ich entscheide, was ich fahre. Allerdings bin auch ich belehrbar. Kriege ein Mountainbike in Richtung November, Dezember. Dazu kommt es auf so einem Video. Wird auch Titan. Wird mit einer Federgabel sein. Wird echt ziemlich nice. Ich fahre ja relativ viel Fahrrad im Jahr. Letztes Jahr waren es so 18.000 Kilometer. Davon sehr viel Offroad. Dieses Jahr bin ich so knapp bei 14.000, 15.000 aktuell. Und es werden definitiv mehr. Ich fahre immer beklopptere Strecken. Und warum nicht Atlas Mountain Race? Und zum Thema Bike allgemein. Also ich habe mir immer gesagt, ich möchte sowas nicht mit einem relativ günstigen, schlechten Mountainbike von Canyon oder Rose fahren. Nichts gegen die Marken, nichts gegen die Bikes. Weiterer Grund, warum ich das mit dem Fahrrad nicht fahren könnte. Ich habe zwar eine coole Lampe, eine Lupine, aber meine Lupinen ist nach drei Tagen spätestens alle. Und dann sitzt du in der Wüste, in der Dunkelheit und in drei Tagen bin ich nicht im Ziel. Nein, nein. Dann ist das nächste Thema die Übersetzung. Ist ganz cool, um den Brocken hochzufahren. Ist ganz cool, um sonstige Berge hochzufahren. Aber 20.000 Höhenmeter, weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher. Und vielleicht sollte ich auch anfangen, Indoor zu trainieren. Workouts, Serie hier. Und Höhenmeter, weil die haben wir in Berlin leider nicht. Und was noch so alles auf mich zukommt, seht ihr jetzt. Und was ich auf jeden Fall machen muss, ich muss mich mit Komoot und mit der Strecke auseinandersetzen. Denn dieses Ding hier ist ein fettes, fettes Brett. Wir starten in Marrakesch, haben glaube ich acht Etappen, die es alle in sich haben. 21.000 Höhenmeter und wir enden in einer Stadt, deren Name ich nicht mal ausspricht. Suera. Essuera. Ziemlich nice an der ganzen Sache ist, dass ich mir keine Gedanken darum mache, wie ich mein Gepäck von Marrakesch nach Esseria bekomme. Wie auch immer. Denn das wird dorthin transportiert mit Transporte. Das ist ziemlich nice. Und das nimmt mir schon mal mega viele Sorgen ab. Heißt allerdings auch, dass ich vielleicht von dort aus zurückfliegen muss. Mega viel Aufwand. Mega viel Planung. Und man sollte sich auf jeden Fall massiv mit der Stadt beschäftigen. Es kann dich erwarten, dass du von ein zum anderen auf anderen Untergrund bist. Dass du dein Fahrrad 10 Kilometer schieben musst. Es wird alles sehr ausführlich beschrieben. Es ist richtig nice. Und ich denke, wenn man sich gut drauf vorbereitet, schafft man es. Ob ich persönlich fahre, lieber auf Nummer sicher, statt auf Risiko. Lieber mittelschnell als superschnell. Lieber vorsichtig, als dass ich mir was breche. Und ich denke, ich schaffe das auf jeden Fall. Und ich kann das schaffen, wenn ich will. Natürlich ist es eine Probe. Es ist 70% Mindset und 60% Körperkönnen. Wie auch immer. Es ist eine Herausforderung. Und man wird berechnen. Aber wenn man dein Schicksal akzeptiert, kann man es garantiert schaffen. Genauso muss ich mich damit beschäftigen. Wie komme ich überhaupt nach Marrakesch? Ohne x-mal umsteigen. Und was für mich noch eine ziemlich große Gefahr ist, sind Zwischenstops. Weil ich theoretisch richtig viel Angst habe, dass das Fahrrad nicht ankommt. Wenn ich mich für eine Veranstaltung anmelde, läuft das in der Regel so. Ich gucke mir das Event an. Ich überlege mir kurz, was packe ich zusammen. So viele Dinge, die mir eigentlich durch den Kopf gehen. Ich muss echt sagen, ich muss mir vielleicht einen Schlafsack holen. Ich muss mir eine Daunenjacke holen. Eine bessere, als ich aktuell habe. Mit kleineren Packmaß. Ein Biwaksack. Also es sind A, es sind es Kosten. Dann brauche ich vermutlich noch ein ärztliches Attest. Also es ist mega viel Organisation. Und auch wenn ich aktuell noch keine richtige Zusage habe, muss ich mich trotzdem darauf vorbereiten. Muss Sport machen. Muss vielleicht versuchen, ein paar Höhenmeter zu fahren. Auch wenn es nur vier Wochen sind bis zur Zusage, Nicht-Zusage, wie auch immer. Aber es wäre verschenkte Zeit. Ich muss mich um einen Reisepass kümmern. Ich habe eigentlich genug Sachen, um bis Februar beschäftigt zu sein. Weil es ist Atlas Mountain Race. Es ist am Ende der Welt. Es ist arschkalt. Es ist Februar. Da sollte man sich, glaube ich, ordentlich drauf vorbereiten. Und genauso wichtig ist Hessen. Das ist der größte Thema. Hier, coole Riegel. Also muss man mögen. Mit Kaffeegeschmack. Wirklich Koffe in pur. Und schmeckt auch nach Kaffee. Ich finde es ganz nass. Natürlich weiß ich auch gar nicht, ob ich auch dabei bin. Aber ich muss halt sagen, wenn ich jetzt nicht schon anfange zu trainieren, Workouts zu machen, noch mehr zu fahren, ist es irgendwann zu spät. Und die Anmeldung für das A-Meer ist vom 9.10. bis zum 27.10. Und im besten Fall kriege ich dann auch ein positives Ergebnis. Untertitelung des ZDF, 2020